Bevor das Video losgeht, nehmt auf jeden Fall meinem Unlock All und Mordet Account Gewinnspiel teil. Dafür müsst ihr nur das Video liken, den Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben. Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt, dann nur noch mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Dafür ist der Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Let's go! Jo Leute, was geht? Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich wieder einen Unlimited Money. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist in die Videobeschreibung zu gehen und auf den Link zu klicken. Und dann müsst ihr euch mit euren Social Club Daten anmelden und die ganze Spieleliste markieren. Wenn ihr es getan habt, dann braucht ihr noch einen Kollegen oder einfach einen Zuschauer von mir. Das heißt, meldet euch in den Kommentaren. Schreibt einfach rein, PSN-Name, wer mit mir spielen will oder irgend sowas. Und bestimmt wird sich da einer melden, ja. Dann könnt ihr euch mit dem verabreden und dann startet ihr das Ganze. Ganz wichtig, ich habe jetzt euch nur eine Runde gezeigt, deswegen kriege ich jetzt auch nicht so krass viel Geld. Wenn ihr das jetzt öfters und länger macht, zum Beispiel jetzt einfach eine ganze Nacht oder wenn ihr in die Schule geht oder wenn ihr arbeiten geht, keine Ahnung, dann verdient ihr auf jeden Fall mehr Geld. Ich aber für dieses Video brauchte euch nur eine Runde zeigen und trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir nochmal ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, teilt das Video gerne mit euren Freunden. Oder nochmal ganz ehrlich Leute, kommt in meine Community auf PSN. Es gibt ja diese Communities und da einfach in die Piero Gaming TV Community gehen. Und dann habt ihr auch viele Spieler, die mit euch spielen können, ja. Dann könnt ihr die ganz einfach anschreiben und vielleicht wollen sie ja auch mit euch zocken. Jetzt hoffe ich aber, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst ein Like unten, ein Abo da. Ich würde sagen, ich bin jetzt raus, ich schneide euch jetzt nochmal rein, wie viele ich jetzt dafür bekommen habe. Aber ist ja egal, ich habe ja nur eine Runde gespielt. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.